hey freunde willkommen wieder zu einer neuen folge zu oh my gosh albert ist erschienen ok schicken wir hier lang so eine wir schicken kleine spideys los dann würde ich sagen hier zack 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 und zack hier kommt unser zeug hin dann würde ich sagen hier und einfach ein magier tor mit hinter genau so und da laufen die spideys überlebens natürlich nicht dadurch schicken wir jetzt fünf solcher großen weil die räumen gut auf das weiß ich ok noch ein hier drüben ist albert erschienen hier ist er weg anscheinend wo sind die großen da kommen sie jetzt haben sie nur noch wenig leben ja ein schlag dann sind sie tot ok zack würde ich sagen gehen da dass sie ein bisschen speed haben hier hier auch ein bisschen speed hin die spideys räumen auf bringt noch nichts dann würde ich sagen packen wir hier ein magier turm und ein flammenturm hier das ganze ein überleben sie das ja ok jetzt kann man schon mal unsere truppen vorwärts bewegen kommen sie ein bisschen schneller vorwärts kommen oder auch noch nicht oder auch noch nicht ich spüren mir mal kurz gerne schnell vor stopp ok jetzt können wir ja schicken wir sollen sich schon mal auf den marsch bewegen da kommen sie ein bisschen schneller vorwärts kommen und so schnell in die basis eindringen weil das läuft gut schon da laufen sie gut jetzt hier rüber ich glaube jetzt den drachen ja jetzt kommen die men in taurus jetzt brauchen wir glaube ich keine verstärkung mehr da unten ok jetzt fliegt er hier rüber zu den zombies jetzt machen sie drei ehelos erstmal fertig jetzt noch die fertig machen gut und jetzt das da kann noch einer komm mit toi zack und jetzt kaputt machen ich kann es nicht zerstören Vier große Spinnen schicken wir jetzt hier runter, immer noch Zombies, wo sind unsere Spideys da? Da rennen sie auch jetzt lang komplett. Wenn du dich in Bühnenloch? Ah, check. Oh, voll werden es erschienen. Zack. Spideys, wo sind sie? Da unten. Okay, jetzt können wir umlenken. Da lang lenken. Schwingen die Menotaurus los und Spideys. Und los geht's. Das schaffen sie. Okay, die laufen direkt hier rüber. Alle Zombies? Überleben sie, glaube ich, nicht. Okay. Oh, voll werden es erschienen. Eine tapfere Spinne. Oh mein Gott, da haben die Zombies drauf. Da haben die Zombies gesiegt. Dann würde ich sagen, wir schicken jetzt hier lang. Genau da lang. Nein, das darf Spideys. Ich würde sagen, beschleunigen sie. Wir haben ja Geld. Können wir es ja nutzen, um sie zu beschleunigen. Okay. So, nochmal hier hin. Gut, da laufen sie lang. Hier ist ein kleines Minecraft-Easter-Egg. Ein Creeper. Einfach in der Lore. Was, die Menotaurus wurden vernichtet? What? Ah, ne, da sind sie. Ich hab mich schon gewundert. Nein. Stehen wir. Die Zombies sehen komisch aus. Ist da ein Unterschied zwischen denen? Hm, keine Ahnung. Okay. Zack, da laufen sie. Das sieht komisch aus. Und runter. Und es geht weiter. Okay. Zack. Was habe ich getan? Sie haben ihr Schicksal selbst gewählt. Es war dumm von ihnen. Aber ihre Entscheidung. Es war nicht deine Schuld. Wie, wie, wie kannst du das einfach so sagen? Wir, wir haben gerade unsere Freunde getötet. Einfach? Ich vergieße meine Tränen später. Jetzt möchte ich lieber die Göttin, die ihre Fäden in der Hand hielt, zur Rechenschaft ziehen. Sie hat sie dazu gebracht. Genau wie den Blutmagier. Wahrscheinlich hat sie sogar Raelius manipuliert. Zieh ihn dir doch an. Wo, wo, wo es war Gratis eigentlich? Sie ist geflohen. Dann steh nicht nur herum, Kriegsgott. Hinterher. Sie hat Mirilhotep und Ariella auf dem Gewissen. Die Königin der Spinnen hat recht. Willst du nichts unternehmen? Es begann mit Krieg. Und so wird es enden. Okay. Wow, neun Minuten. Noster Rekord, würde ich sagen. Ja, das war sehr interessant. Wir haben jetzt nur noch drei Freunde. Und drei haben wir wegen Verrats gekillt. Und ja, das nächste ist hier. Ich glaube, das ist sogar dann das Ende. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und ein Like. Würde mich ganz erfreuen. Und tschau. ARD Text im Auftrag des